Also laut bis drei und bei drei rumpel die Pumpe, weg ist doch Kumpel, ja? Die beiden sind wieder raus und haben sich einen riesen Applaus verdient. Kann es losgehen? Guck mal, die stehen alle da und fotografieren, das ist unglaublich. Wahnsinn. Also bei drei, es geht los. Und eins, und drei, und drei. Die sollen das hören drin, ich ahne. Ja, ihr habt es gehört, aber die haben das, die haben viel zu leise, haben die gehört. Ihr müsst noch lauter brüllen. Stellt euch vor, wer jetzt am lautesten brüllt, kriegt alle Gutscheine, die der Gärtner in der Tasche hat und im Auto. Ja, alle. Jetzt fangen die ja dritte schon an zu schreien, so begehrt sind die Gutscheine. Also nur vorstellen, aber so laut rufen, es geht los. An der Berg, brüllt was das Zeugchen. Und? 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 Dann haben wir sie wieder. Meine Worte. Klasse.